alles klar ich glaube damit haben wir den raum gerade ja sehr einfach gemacht zwei eulen ja die natürlich wohin müssen ok einfach runter ok ich weiß gar nicht ob ich genug festplatten speicher frei habe O-O-O-O O-O ouch die hülle gab es auch schon in der fassung die dröhle na gut warum nicht kann man so machen ich sehe ah verdammt das war knapp böser geist da ist immer nett wenn die jetzt extra den geist reinwerfen der ein dann hier als störfaktor alles gefühlte aber dass wir hier echt die geisterseelen auch bekommen finde ich wahnsinn weil wir die ja sammeln müssen das heißt man muss wirklich das langen hier machen das wahnsinn was haben wir hier ich hasse euch schleimis obwohl ihr ganz süß ausseht nein ich meine natürlich hasse wir haben schleim mit lila schleim juhu nein toll genau das war geplant ok lecker lecker lila schleim ach so nein oh gott denkt ihr wir hätten uns auch in der schattenhülle in einen menschen verwandeln können wahrscheinlich nicht weil dann wäre es natürlich einfach gewesen mit dem morgenstern dann wäre es zu einfach gewesen glaube ich oh ne ach mensch komm schon ernsthaft boah ich hasse die ne furchtbare gegner na 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 Not more, was? Oh man, aber es macht Spaß, es macht Spaß, ich habe nur Angst, dass die Festplatte vorläuft, um ehrlich zu sein, ist das ein bisschen unfair hier gerade, oh Jungs, wir gönnen uns mal hier ein Stückchen, ernsthaft, Link, aufwachen! Ich hasse es, mit eurem blöden Wurf sperren, Mensch, was ist denn los? Da noch mit Wegfliegeffekt, Mensch, alter Schwede! Das dauert einfach zu lange, die ziehen zu schnell neuen Speer und die einzige Animation oder die einzige Dauer vom Morgenstern ist zu lange, das passt nicht so richtig. Da kannst du schweigen vom Wolf, Link, da sind die ja ganz furchtbar, die Gegner. Was? Ähm, ja, natürlich! Ah, okay. Ah, okay. Das war's für heute. Das war diese Schildattacke gerade. Das ist ein Morgenständer uns geworfen, der Spinner. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, komisch. Warum denn zwei? Das war's für heute. 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 Nein. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Um Mühen zu würdigen, werde ich die Fäden in der Quelle von Rannell freilassen. Na, das ist doch mal was. Um weiterzukommen, brauchst du etwas, womit du frei von Wand zu Wand fliegen kannst. Der Kletterhaken. Oh, okay. Den haben wir. Den Doppelhaken. Wie wär's mit ein bisschen Regeneration? Stempelherzcontainer. Danke. Stopp! Das war's für heute. Ja, okay, das ist eine reine Konzentrationssache hier. Ja, ich werde immer einmal getroffen, Mensch. Das ist so ärgerlich. Das war jetzt Link schuld, wenn er nach vorne gesprungen ist. Ach, komm schon. Ey, ich kriege nicht zu viel, ne? Ach, Leute. Geht hier auch die Amiibo? Ich weiß es gar nicht. Ja, wir können hier auch mit der Zelda Amiibo einmal die Lebensherzen auffüllen. Gut, dann jetzt hier Finale, Leute. Jetzt alles oder nichts? Ich hoffe auf alles. Ich weiß es. Oh, weh. Wolf, Link, mach was du sollst. Ach, Mensch, ist das nervig. Es ist echt furchtbar. Also, dieses... Ach, Leute. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle und erst recht die Bogen schützen. Wer hat denn diese geniale Idee? Boah. Boah. Man, fast alle Herzen verloren. Wer hatte diese geniale Idee, den Bogenschützen diese blöde Nahkampfstärke einzubauen? Oder ich sollte mich in den Menschenlink verwandeln mit Schild. Wäre vielleicht eine gute Idee. Was? Äh, ist das nicht dezent übertrieben gerade? Wo ist denn das Geil... Gespenst, da komme ich doch gar nicht mehr dran. Was soll ich denn gehen? Ah, ja, Mann. Oh, ich krieg gleich zu viel. Oh, ich kriege... Ich kriege... Boah, sauber, Junge So geht das Das ist ein blöder Gespenst hier, komm mal her Freundchen, deine Seele gehört mir So, wortwörtlich sogar Das ist halt Wahnsinn, jetzt haben wir schon drei Seelen hier drin gefunden So, komm, Ende Es reicht Was ist da in der Decke? Oh, mein Schnee Ja, klar Viele Proteine zu Frühstück, oder was? Es kann nicht sein, dass er mit dem Bogen besser ist als wir Jetzt habe ich gerade Schaden von der runterfallende Leiche bekommen Ich weiß nicht, wie ich euch meine Gefühle beschreiben soll Nein Aus Ding Wir haben gar keinen Unterkiefer mehr Wie schreien die überhaupt? Die Räume werden immer schlimmer Ich will gar nicht wissen, wie viel noch kommt Das ist das Schlimmste Oh, nein Oh, nein Ich habe noch eine super Idee Sprengpfeile, Freundchen Hier, fangen wir das hier Tod Ihr Mistviecher Das ist euer Ende Ich höre doch irgendwas unter mir Da ist noch einer Du Hier sind diese blöden Ratten, ne? Naja, ich merke schon Boah Das ist ein mieser Raum geworden Die versuchen mich zu erreichen Schaffen es aber nicht Gott sei Dank Hier Link Boah Freundchen, Freundchen, Freundchen Link, du bist so ein Idiot Oh, Mann Oh, Mann Anstrengender Wir schaffen es Das ist ein mieser Raum Und dann Lassungs Tränen ず Untertitel Es Dort Es Anstrengender Zu Anstrengender Na Anstrengender 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 S Anstrengender To Anstrengender Ab Anstrengender 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 Man Anstrengender lauf kaum schon ein paar herzen nur man was die können fliegen was das denn nein nein hört auf damit was auch so was ach komm schon ich schieße dich einfach mit bombenfeil ab wie wärs damit ach ich hasse euch alle macht das überhaupt was nein lauf oh ich könnt kotzen auf euch echsen weil hier hat er so leichte rüstung er trotzdem total viel aus boah junge ich hasse euch nummer eins ist tot ich weiß nicht wie wir haben es geschafft ihn abzuwehren komm schild vor junge komm schon oh ach Lieber fliegender Echsenmann, den ich noch nie gesehen habe. Gab es den im Spiel überhaupt? Ich könnte schwöre nicht. Master-Modus-Gegner oder was? Oder gab es den? Ich meine echt nicht. Nummer 2! Nein, ich bin so ein Idiot. Okay. Ohne Spaß. Die sind so cool, ne? Aha! Oh, Mann. Bitte. Zum Wühlen. Nur ein paar Herzen. Zwei. Oder auch nicht. Ihr seid so gemein, ne? Das bringt, glaube ich, gar nix. Drei Stück. Nein, Mann, Link. Dieser blöde Autofokus, ne? Das ist so komisch gemacht. Ja, macht gar nix mit denen. Ja, toll. Ich soll jemanden gegen drei gewinnen. Toll. Warum klappt das denn nicht? Okay. Das war's für heute. Ja, Mann! Ich hasse dich! Werf doch dich mit deinem blöden Schwert nach mir! Mann! Ist das wohl schon schwer genug? Das ist einfach so unfair! Man kann die auch nicht trennen! Es geht ja wirklich gar nicht! Kann man den vielleicht jetzt hier mit dem Morgenstern? Er rollt einfach weg, natürlich! Klar! Das war nötig! Du Idiot, Mann! Toll! Wisst ihr? Mit seinem Schwertwurf hat er uns getötet! Ich raste aus! Oh! Das ist aber echt schwierig! Oh, Mann! Mann! Okay, Leute! Das war der erste Versuch der Drillhöhle! Da brauchen wir doch auch mehrere Versuche für! Schade! Na gut! Beim nächsten Mal gibt's dann die Drillhöhle nochmal! Juhu! Schön, dass die noch länger dauert! Noch schwieriger! Das heißt, die Schattenhöhle am Ende! Also drei von denen... Ja gut, man muss sagen, wir haben auch... Ich hab auch sehr, sehr viele Sachen verschwendet! Also erstens, wir können uns jetzt Feen holen! Wir können uns jetzt zwei, drei Feen holen! Ich werde mal herausfinden, wo die letzte Flasche ist! Was wir die auch noch haben für das nächste Mal, dann läuft das! Ah ja! Gut, bis dahin! Vielen Dank fürs Zuschauen! Und bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Twilight Princess! Ciao, Leute! Und bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Twilight Princess! Und bis zum nächsten Mal mit The Legend of Zelda Twilight Princess!